So Leute, herzlich willkommen zum zweiten Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich weiß, mein Kanal heißt eigentlich Extreme Challenger, aber das muss ja nichts sein und ich kann trotzdem noch Fragen-Antwort-Videos machen, halt ja. Wie ihr es bestimmt schon am Titel gelesen habt, das hier ist ein Q&A-Video und ja, heute beantworte ich eure Fragen. Let's go! So Leute, die erste Frage kommt von Hashtag Creepy01 und der fragt, womit nimmst du eigentlich ich auch, ich nehme natürlich mit deiner Kamera auf. Die nächste Frage kommt von unterstrich Momo unterstrich 02 und der fragt, kannst du Fußball spielen? Ich, ich kann Fußball spielen, ja, ich zeige euch das. Okay, Leute. So Leute, die nächste Folge kommt von unterstrich Seb200 und der fragt mich Flores Lava. 5, 4, 3, 2, 1. So Leute, die nächste Folge kommt von Jim 2002 und der fragt mich, was ist dein Lieblingslied? Mein Lieblingslied ist... Gib's mir doch die... So Leute, die nächste Folge kommt von Moritz47 und der sagt, mach mal einen Schatzzugriff. Okay. So Leute, die nächste Folge kommt von Moritz47 und der fragt mich. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben hier. Und wenn ihr's noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ja Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Euer... Extreme Challenger. Ciao. Pssssst. Pssst. 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 Pssst.